Häää?! Wir wurden auch Rewy. Aus welchem Grund? Mich? Ah JA! Junge jồi! Das war meine absolut letzte Runde! Das war meine absolut letzte Runde! Ich kann nicht mit Rot spielen! Ich hab Angst vor Rot! Go! 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 DuShut einfach Rewy, dann ist ja nicht traurig! Donos von drüassend! Ich kann nicht mit Rot spielen! Anschате rooms mit toор! spielen Kann mich irgendwer töten Ich hab noch nie bei amongas eine coole rolle gehabt also ich umgebracht achtung Mirana können wir es helfen und zwar Hau rein Ja Digga also es bringt nichts wenn ich wirklich immer der Erste bin der stirbt das ist doch Scheiße Hey lol Riz ist ja auch dabei Ah schade Mich bitte nicht zuerst töten danke Ja ich auch nicht Bitte mal Riz zuerst töten damit so was du dich gerade Wieso komm 51 Sekunden Guckt ihr nicht richtig ich hatte jetzt fast angst dass ich den report button drücke Wo lag was unten im raum In welchem raum In welchem raum In welchem raum In dem raum ganz ganz unten links der ganz unterste linken linkeste raum Die Wasserräder Es waren zwei in lab sehr lange ganz am anfang als dieser seismik war Als die Leiche passiert ist Das waren Maxi und ich Also ich muss sagen einfach von Da ist auch jemand gewendet da hast du dich jetzt verraten Wer ist gewendet? In lab? Das hätte ich gesehen In lab ist niemand saved Auf alles ist in lab niemand gewendet Da waren vier Leute Es ist ja doch doch Es ist schon niemand gewendet Aber das ist Aber das ist der engineer und ich weiß wer das ist Aber ich will es nicht sagen damit er nicht eine Zielscheibe auf dem Kopf hat Okay Wie ist das eigentlich möglich? War Maxi der engineer? Nein Wo lag denn die Leiche? Sabine Du hast die Leiche For electrical Okay Ich bin quasi mit Maxi hoch Also zwischen Labor und Storage Und dann über dem Storage weg Und dann dachte ich eigentlich Er wäre in die andere Richtung gelaufen Aber scheinbar ist er ins Light gelaufen Ich bin in Storage rein Und dann bin ich zum Light Zum Light Und dann lag er da Also den Kill haben Dalu und Gnu nicht gemacht Wo waren wir? Höchstwahrscheinlich auch nicht Wir waren an Lifeline Ich bin jetzt grad links aus Office ausgelaufen Okay Rezo ist also schon wieder Gehört schon wieder zu der Ich will euch kurz eine wichtige Info geben Gnu ist Medic Und hat mich in der ersten Runde geschielt Als ich auf Mad Bay stand Der Sheriff sollte Rezo schießen Genau Also ich stand ja auf Mad Bay Ich stand ja auf Mad Bay Wer ist der Sheriff? Okay sehr gut Gnu Aber das verraten wir eigentlich nicht Aber ist okay Dann haben wir drei Leute den wir vertrauen können Ich muss zu dem Kill kommen Die sind alle zu stackt Die sind alle zu stackt Ich weiß halt auch nicht was Rezo gemacht hat ne? Unge ist Engineer Unge ist halt offensichtlich grad vor uns gewendet Unge ist grad vor uns gewendet Das könnte auch ein Five Ja warte mal Das könnte aber auch über der Five Head sein Zu killen und zu sagen man ist Engineer oder? Ja natürlich Ja Könnte Könnte Wenn Parzware ist jetzt tot Er kann jetzt auch nicht mehr bezeugen Ja Parzware hat mich aber gesehen als Engineer Und er ist jetzt tot Im Lab damals Warte mal Sabine sagt über mich Ich wäre vor ihr gewendet Hat sie gesagt? Was? Wer hat denn gesagt ich wäre vor ihr gewendet? Oh ich hab mal gesagt Unge ist gewendet Ich hab halt gesagt Unge ist gewendet Aber ich sage Ey Revi hat doch gerade gesagt Nein Revi ist vor ihr gewendet Wenn das so gewesen wäre Was wäre es dann? Ja das Ding ist Ich hab halt drüber nachgedacht Was in der Runde davor Wer den Kill alles hätte machen können Ja Und sie war halt nicht clean So weil sie hätte halt ein Self Report machen können In der Runde davor Ja War dann kam das sehr überzeugend rüber Was sie gesagt hat so Das wäre giga stupid wenn Unge auch Muss ich an der Stelle auch sagen Jetzt Parzival der ihm das Alibi gegeben hat Getötet hätte das wäre stupid Auf der anderen Seite Ich weiß nicht das könnte auch so ein Simons Game sein Also ich bin Ich bin 100% selb Ich bin Engineer Das kann ich euch beweisen Ich kann Sabotage noch lösen Hab noch keine Lärm noch rüber Aber wo ist die Leiche eigentlich? Ich find's voll irritierend Ja sorry Also ich würde bei sieben nicht voten Aber ich finde es schade dass der Sheriff noch nicht auf Rezo geschossen hat Ich denke der Sheriff wird wahrscheinlich tot sein Also Rezo ich vote dich hier einfach Auch wenn wir auf sieben sind Also ich bin der Rezo Mega lieb von dir Ja Also auf welcher Basis Weil ich jetzt Rezo falsch verstanden habe Weil du die Basis Rezo könnte auch Joker sein actually Rezo könnte auch Joker sein Aber wenn ich Autotune mache Ich kann nicht Autotune machen Okay pass auf Junge Wir haben verloren Wir haben verloren Ich schieß jetzt einfach auf Rezo Das war so lost Das war so lost Baut auf mich Ich komm mit Hä schießen auf F*** Unge Alter Okay Warum hast du nicht auf Rezo Warum hast du nicht geschossen? Hast du keine Eier? Vielleicht bist du gar nicht Sheriff Ich bin Medic Und ich hab Gnu geschildet Und ich wollte den Imposter draus beten Weil wenn ich erschossen worden wäre Und Gnu hätte reportet Hätt sie die Geschichte erzählt Wer ist denn Sheriff? Ne der Sheriff ist wahrscheinlich schon tot Der Sheriff ist wahrscheinlich schon tot Ja lost Also für mich ist Sabine irgendwie sehr glaubwürdig Auch wenn die die ganzen Leichen findet Aber ich find auch Rezo Super glaubwürdig Ich find Rezo deutlich sasser Und ich würde Rezo einfach zwei Votes Ohne wieder einen Anhaltspunkt Lass einfach machen Dalu sagt einfach Ich knall ihn ab Ich war in den Vans Bin hin und her gehuscht Ich bin unten bei Weapon gewesen Das ist krass Dass er nicht geschossen hat Also dass er nicht geschossen hat Ja weil ich hab auch die ganze Zeit gewartet Ja Bro wenn ich Imposter wäre Und mir jemand sagt Ich knall dich ab Dicke Ich hätte so abflattern Ich hätte dich direkt umgebracht Als ob ich diesen psychischen Druck aushalte Warte mal kurz Stimmt Dalu Er hätte dich ja auch einfach drücken können Ja eben Ich hab da auch die ganze Zeit drauf gewartet Aber das hat er nicht Ja weil ich nicht Imposter bin Weil ich nicht killen kann Dann sollten wir vielleicht doch nochmal skippen Weil es könnte auch immer auch Sabine sein Nein Natürlich könnte es Sabine sein Simon der uns den Engineer vorspielt Nein nein Sonst kann es jetzt hier gerade nur sein Also wir haben auf jeden Fall nur noch einen Da sind wir uns noch ein Ja das sind wir uns ein Jetzt behalten sich hier gerade Sabine und Unge gegenseitig rein Ja aber gut aber pass auf Sabine Du sagst es könnte Unge oder Revi sein deiner Meinung nach Aber weißt du wer auf Rezo geschossen hat und gesagt hat Ich wurde jetzt Rezo als erstes und dann haben alle mitgemacht Denk mal drüber nach Das war Sabine Und wenn wir jetzt noch einen Imposter haben Ne das war ich Achso Also dann hab ich ja den anderen Imposter Wenn du jetzt Dalo denk Wir haben nur noch einen Du hast ihn geflippt Okay dann wurde ich Revi Hä? Aus welchem Grund nicht? Das könnte halt auch ein Joker sein Ich hab natürlich Also wir haben Ja ich hatte schon Das ist komplett sinnlos Digga Okay alles ist gut Ich hab Revi killen sehen weil ich war im Band Ah Junge wie dreckig alter Ich bin kurz rechts zu dir hoch gedippt Ja Gnu konnte ich nicht töten weil Gnu halt geschildert gewesen ist Also ich sage dazu folgendes Ich bin die ganze Zeit mit Gnu rumgelaufen Ich hätte sie easy Easy hätte sie mich wegtöten können Ich hätte sie ebenso easy wegtöten können Ne du hättest sie gar nicht töten können weil sie ein Schild hat Sie hat ein Schild Ich wote hier Revi weil ich es weiß Aber ihr müsst nicht voten wenn ihr euch die unsicher seid skippt Aber ich kann euch sofort die nächste Hä für mich bist es doch du safe dann Wenn du links hochgegangen bist Wer ist mit dir gegangen? Ich? Alleine Ich bin alleine Revi ist runter Sehr gut danke Wenn du das jetzt bist dann bringe ich Sabine und dir eine Knie die Porte Ja ich bin ein Poster Ich bin ein Poster Oh Gott Du bist so ein Ab- Ey Ey Digga das ist halt so gigalost alter Ich habe es sogar geschafft dass Sabine und Simon sich gegenseitig kurzzeitig ausspielen Dass der dann halt an den Vent hängt das weiß man halt nicht Ich hab ja die Sache ist Sabine spielt immer gegen mich Und Rezo du musst deine Echo Unterdrückung ausstellen Du warst auch Todestass Also es hätte jetzt am Endeffekt noch sein können Dass die die halt dich auch voten Weißt du was ich meine? Ich war für Gnu und für Dalu war ich Nullsass Ja Digga dann kann doch der Imposter jetzt jedes Mal vor den Leuten wenden und sagen Ich bin Engineer weißt du was ich meine? Okay für mich jetzt letzte Runde Nein Revi Doch doch Revi 3 Ey mach mir jedes Mal Jedes Mal auch letzte Woche Revi Hey ich bin ja schon seit sieben Stunden am streamen Ich muss äh Nein Meine Güte Wir haben Ewigkeit gebraucht um den Stream hier weit zu richten Revi hör auf zu Heunis Ne das geht nicht Also das kann ich jetzt nicht Ich hab ja auch meine Kinder verpflichtet und meinen Hund Mein Trick ist folgender So Parzi will Sass machen Dass alle denken dass Parzi will es ist Dadurch mich selber Sass machen und gevotet werden und als Joker gewinnen Boom Es war meine letzte Runde Es war meine absolut letzte Runde Es war meine absolut letzte Runde Es war meine absolut Okay das ist weird Das war absolut meine letzte Runde Ich hab's gesagt das war absolut meine letzte Runde Nein Revi Doch war es Doch war es Doch war es Das kann doch nicht wahr sein Digga das kann doch nicht wahr sein Wie viel Bad Luck muss man denn haben Wie kann ich denn als Joker nicht einmal eine Runde zu Ende spielen Das kann doch nicht sein Komm Revi eine letzte Die ging jetzt auch so schnell Eine letzte Runde Und dann Ich will einfach nur in Ruhe Kass Ich will einfach nur in Ruhe Kass Ich will einfach nur in Ruhe Kass Einfach nur Fake Einfach nur Fake Was ist das denn jetzt schon wieder? Was soll das denn? Ich seh grad was was ich nicht sehen sollte glaube ich Ich werd ja soo hart wegwenden einfach Ich werd ja soo dumm wegwenden Tschüss Tschüss